eben rot weiß in der welt aus mit einer aus ich hab schon so wie ich bin rot und weiß ja passt doch bei mir zeigt der blau an das blaue wir auch bei mir auch ich bin auch blau hat er nicht auf rot gestellt naja welche spielspiel zu ist doch jetzt hier kommt ihr wenig worms das war auch da hätte ich auch bock das haben wir doch schon mal gezockt bei dir glaube ich auch max ne ja aber das geht mir zu viel glaube ich ne das ist ja schon wieder niemals scheiße ist mir so krass der rasen ist richtig eklig sieht aus wie so ein kreppig wir kommen in der kreisplatte ach so jetzt nicht mehr die ganzezeit sprinten jungs ah ja es gibt tauls kleiner mit einer unterschied das war fast weggeguckt lukas ich bin da mein spieler wenn ich also ich versuche hinter mir zu laufen weißt du wie dem marco trick ja klappt das bei fifa auch nun kommen wir mal probieren gut 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 ich hatte schon gedrückt jetzt sagen jetzt hier zu was ich da habe ich erzählen ja ich versuche gerade wieder rein zu kommen lassen wir mal hier gewinnen für eine geburt das ist ja nicht so ich weiß schon wie der eine sitzt die witze hier in irgendeinem kasarischen kleid oder so was was seid ihr eigentlich für ein baujahr 93 oder 94 94 ach so junge küken bisschen zeit haben wir noch 30 ich sehe den ball gar nicht er weiß auf grün ist auch schwer zu erkennen ja und da ist das ding ja die war da 94 genau 92 glaube ich 91 hängen so abschluss auf 94 das liegt ja es liegt am pokal dass du das nicht ganz das hänge auch das wird das jetzt nicht schon vorher gesetzt hätten wo ist das ja katze alter wie hieß der tor so am letzten mal noch ich hab den namen schon vergessen hamel 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 unvergessen hamel forever vor 10 min erst geguckt deswegen war er eine viertelstunde ja fahrrad sasso rei still passing it around with authority very quick thinking they act schenkung oh shit so wapoglip sasso wo was macht er denn der knopf im controller drinnen wird festgehakt ein komplett eingedrückt ja noch mal scheiße doppelte fahrschung bahn und der computer kriegt ihn weiß man alle mutig den rasen so gut so lange spielung ist ein bisschen abseits eigentlich stand ich auf der linie oder nicht bei mir stand zu zwei männer recht bei mir stand ich auf der linie zu sohn radar ach so näher schon so meter dahinter was bitte macht er denn das spiel nicht mit mir das ist doch du blöde Sau eben meine Güte direkt mal angewiesen einfach nur wegzukloppen die Momente wieder anfangen rumzukloppen kann ich mich nicht ja sauber ach hä den holt er noch aus dem Nirvana holt den noch zurück ich hab gerade geguckt wie ein spiel da ist wo ich hinspielen kann ich bin das bein wohl ihn spelte denn Die Eingabe mache und dann weiß ich fünf Sekunden später fühle die jetzt aus. Ist so nervig. Oh Gott, der geht ehrlich durch, Alter. Ja, der war natürlich mit mir jetzt, der ist schon so komisch gelaufen. Muss man er da beten? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ohhhh, schön. Okay, dann هو ich da oben hin. Oh, da kommt er mich hin. Das kann doch nicht wahr sein eh Lauf außen lang, lauf außen lang Ach, scheiße Der nicht geschirpst, aber hab ich Joghurt im Rumpsen Der war der passt so doll Leibnizier, komm Ja, ist so Immer wenn wir so gut davon sind Irgendwie geht das Spiel so schnell vorbei, als wenn man Leine spielt Muss ich auch sagen Der Aufsteiger noch unsicher mit 2 zu 1 zur Halbzeit zurück Achso, und dann erstmal herzlich willkommen liebe Community Hola Hey, hey, hey Ja, ein Zuschauer haben wir, ist was los Ja, der war schon, bevor ich den Team angeschmissen habe, war der schon da So, jetzt geht's los So, jetzt geht's los Ach, Nixchen Der war ja so nicht zu spät gespielt, der war einfach nur gut da Boah, sehr gut Wir haben hier einen Kommentator An den Pfosten gejumpt auf Voller Einsatz Und seiner hat das Einsatz hier Ja, auf kurz Schick ihn Noch gleich weiter Jetzt bleib oben, geh nach oben, geh nach oben Ja, fuck, was ist das denn, ist verhungert Scheiße, sorry Ein ganz stumm verpfad Ach, komm, komm, komm Ich hab die Falle gelobt das ist ja komm 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 das ist ja trotzdem gespielt oh, unreason das ist eh nicht Ist das noch? Oh nein! Komm, komm! Oh, wir können das mal weg. Wir können das mal weg. Wir können das mal weg. Haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Oh, schade. Oh! Oh! Nein! Oh! Das war die Hände. Die sind zwei Kamen neben mir sehr zählen. Äh, Adrenalin. Hä? Lensen? Ich hätte auch gedacht nicht. Ah, schade. Habe ich auch gedacht. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass sie ihn haben. Das ist voll ungewohnt, ey. Dass ihr davon jetzt die Farben geteilt habt. Ja, muss ich auch sagen. Ich denke auch, weil ich bin rot. Ja, jetzt. Wie ist er los? Hände weg, hände weg, hände weg. Er ist Abseits. Also, er kommt durch, aber... Also, klappt es und nicht im Abseits stehen. Händel. habe ich aber auch so gesehen nachher auf du siehst gar nicht anscheinend keine brille auf doch habe ich mir gewinnen du hast auch linders belauf nein süß max nicht schnell ja irgendwie schon nur bei mir hier in niedersachsen nicht ich habe noch nicht einmal dieser schnee gesehen aus der der drei fuzzeln lang das war abschlusstiming drinne lukas deswegen muss das ja auch mal machen wir gleich noch was ist das also wenn du also wenn du bei kreis also sie anders nicht kreis wenn du wenn du das doppelt drückt also erst mal schießen wenn das einleit ist und dann noch mal schießen genau das timing erwischt hast du eine höhere chance wenn du genau den richtigen zeichnung der licht und dort zu schießen wenn das verkackt geht aus quasi immer vorbei und da ich das anhast glaube ich und drückst mehrmals schießen dann werden lang und so hast du quasi immer abschüsse im drin und versaut sie damit alles hätte ich jetzt so gesagt wo kann ich das gucken jetzt nicht nachher nehmen wir machen eine spielanstellung spielanstellung genau oder oben genau Ich kann nicht die Uncom. Ich kann nicht die Uncom. Ich kann nicht die Uncom. Ja. Ich habe doch gar nicht gewählt. Aber jetzt. Nimm den oben mit. Kann ich reinflanken? Ja. Schön. Schön war es. Ja. Ja, ich habe dann nämlich nur den Max gesehen und habe mir gedacht, hm. Ja, ich war aber auch völlig falsch da. Es war gut, dass du mich nicht angespielt da sehen. Ja, ich musste noch ein bisschen reinlaufen. Ich war ja ein bisschen weiter hinten. Max nach vorne mit dir. Ich denke mal, du bist der Schnellste. Die unten sonst? Ah, schade. Diese scheiß Automatik geht dann auf den Sack, eh. Automatik. Naja, dass er sich selbst als Spieler wählt. Ach so. Das Ziel war jetzt schon gut. Er hat jetzt schon drei Minuten. Eine Minute haben wir noch. Mach nicht. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ach. 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 Ich kleikum war Those. Aah. Ach. Ja, ja. Aber war ja gar nicht schlecht. Da war viel gutes bei. Ach. Dann können wir erstmal beenden, damit die das erregeln können. Ja, ganz gut. Ja.